Ich kann ja auch einfach mit euch zusammen auf Tilda warten. Und solange wie wir hier zusammen waren, vielleicht sind wir ja... Wir können ja ein Lied zusammen singen. Ich und Tilda, wir haben nämlich ein ganz besonderes Lied zusammen, weil man beste Freunde und so ist, dann muss man das ja, weil irgendwas Besonderes hat ja jeder. Wenn ihr wollt, zeige ich euch das Lied mal. Ja, ja. Aber bitte nicht lachen, weil eigentlich übe ich das noch ein bisschen. Es waren zwei Nachbarskinder, die hatten einander sehr gern. Sie spielten die tollsten Spiele und lachten laut und viel, und lachten laut und viel. Sie trafen sich jeden Tag an der Rosenhecke hinterm Haus. Dort träumten sie sich um die Erde, bin ich? Du bist... Du bist Tilda! Ja, richtig! Hast du ein neues Rätsel für mich? Ein neues Rätsel? Ähm... Nee, aber ich hab Angst. Eine letzte Frage. Passt gut aus. Wer hat die meisten Reisen um die Erde gemacht? Die meisten Reisen um die Erde? Ja. Kenne ich ihn? Denke schon. Ähm... Ist es denn ein Mann oder eine Frau? Wer denn noch? Kein Mann und keine Frau? Jetzt überleg doch, Kai. Ja, 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 ich überleg doch schon. Habt ihr vielleicht eine Idee? Der Mond. Der Mond. Doch, das ist eine gute Idee. Der Mond! Ja, genau! Boah. Ja, ich glaube nicht. Jesus. Und ihr meint jetzt so sein Überall in den Reisen, und dann gehen wir jetzt auch zum Mond. Was ist denn auch dafür? Na, das hier sind meine mit diesen Händen gemasselten Tilda und Kai-spezial-Mond-Flughelme. Das ist ja extra Käthe! Ja, das ist ja. Wie sehe ich aus? Also, ich meine schon, wie eine Argonaut ist, aber auch ein bisschen bescheuert. Du auch. Ab in die Rakete. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Mondflug! Wow! Ganz schön schön! Wir auf den Mond! Da, schau mal! Eine Sternschnuppe! Du darfst dir was wünschen! Oh, ja, dann wünsche ich mir, dass wir für immer Freunde bleiben! Aber das darfst du doch gar nicht sagen! Das geht jetzt nicht in Erfüllung! Oh, auch nicht bei gespielten Sternschnuppen? Ich wünsche dir schnell was anderes! Oh, ja, ich hab's! Ich wünsche mir, dass wir im wilden Westen sind! Aber was sollst du doch nicht sagen! Siehst du, klappt doch trotzdem! Ich bin Bambi-Tanke, Häuptling großer Adler! Und wer bin ich? Äh, du bist... Du bist... Du bist Mechikinigwarr, die kleine Schildkröte! Aber kann ich nicht lieber schwupps, die du die grüne Wolke sein? Ja, kannst du auch, aber ich bin der Häuptling! Uuuuuh! 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 Pssst! Was meinst du? Wer von denen gehört um den Materfall? Die letzten hier vorne? Oh, gute Idee! Oder wir nehmen die aus der ganz, ganz hinteren Reihe! Auch gut! Aber Kai, wie spät ist das eigentlich? Keine Ahnung, vielleicht so halb sechs? Halb sechs? Dann muss ich ja los! Was? Jetzt schon? Mein Papa hat ja diese neue Frau kennengelernt! Was denn für eine neue Frau? Mein Papa sagt, sie ist ja nett! Aber... Aber deine Oma ist doch auch nett! Ja, aber mein Papa ist doch noch ganz jung und... Dein Papa? Aber... Aber der ist doch schon mindestens 30! Ich glaube sogar noch älter! Uuuuh! Noch älter als 30? Ja! Und trotzdem sagt, er ist doch noch so jung und möchte sich noch mal verlieben und mit jemandem zusammenwohnen. Weil Mama doch auch schon so lange tot ist, weißt du? Aber... Aber ist denn die neue Frau auch schon so alt? Das weiß ich nicht! Aber heute werde ich es herausfinden! Okay! Also wir machen es so! Wenn die irgendwie blöd ist, dann rufst du mich an und wir binden sie zusammen an den Maropath! Indianer Ehrenwort! Tschüss Kai! Bis die Tage! Tschüss Tilda! Uuuuh! Bis morgen! Naja... Aber Tilda fand diese neue Frau gar nicht blöd! Ganz im Gegenteil! Am nächsten Tag erzählte sie direkt sehr viel von ihr! Tilda! Also sie ist wirklich ganz groß! Und schön! Und blond! Und so schön! Aber ist sie auch nett? Und sie kommt ursprünglich aus einem ganz anderen Rand! So weit weg, dass man doch mit dem Flugzeug hinfliegen müsste! Aber... Aber warte mal! Ist sie auch nett? Und... Und nach jedem weiteren Besuch erzählte Tilda noch mehr von der neuen Frau ihres Papas! Tilda! Also ich kann wirklich gut verstehen, dass mein Vater sich in so eine verliebt hat! So schöne Frauen gibt es hier gar nicht! Aber... Dich finde ich eigentlich auch! Und sie ist so schlau! Ich glaube, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die so klug ist! Aber Schummel, du bist doch auch... Ihre Kleider! So elegant! Ich hatte immer mehr das Gefühl, dass Tilda's Interessen sich ganz verändert hatten! Und... Und unsere Spielern in Rosenhecken haben sie auch immer weniger interessiert! Da bist du ja! Ja! Sie ist einfach die eleganteste Frau, die ich je getroffen habe! Tilda, pass auf! Ich habe ein Rätsel für dich! Auf Rätsel habe ich keine Lust! Hör zu! Ich rieche wie ein Eukalyptusbonbon! Aber lötchen darfst du mich nicht! Was bin ich? Ein Koala-Bär! Ja, richtig! Und wo leben die? Australien! Sollen vielleicht nach Australien reisen? Und dann kommen wir ab, weil es ist viel zu staubig! Außerdem möchte ich lieber mal nach Lappland reisen! Nach Lappland? Ja, Lappland! Na gut! Dann reisen wir halt nach Lappland! Ich... Ich kann ja ein Eich spielen! Mua! 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 Kai! Warum denn spielen? Ich möchte wirklich mal nach Lappland reisen! Und nicht nur spielen! Ich muss jetzt auch gehen! Wir gehen heute Abend in ein großes Lokal zum Essen! Tilda... Tilda hatte sich immer mehr verändert! Und irgendwann... 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 Da zuckelt auch diese komische neue Frau bei ihr... ihrem Papa und ihrer Oma ein! Tibi-tibi-tibi! Ich freue mich so, dass sie jetzt für immer da ist! Und was sagt deine Oma dazu? Sie ist halt altmodisch! Und wo warst du gestern? Wir waren Mülle einkaufen für unsere Wohnung! Immer nur jetzt eine Frau mit Geschmack im Haus! Aber... Aber ich hab doch hier auf dich gewartet! Kai, das mit uns und diesen Spielchen an der Rosenhelde kann doch nicht ewig so weitergehen! Wir müssen uns auch für andere Dinge interessieren! Das will ich aber gar nicht! Tschüss Kai! Bis die Tage! Aber... Entschuldigung, warte! Ich hab doch hier ein Flugzeug für uns gebaut! Aber... Aber unser Flugzeug... Das hab ich dir einfach beim nächsten Treffen gezeigt! Tibi-tibi-ti! Schau mal hier! Was ist das denn für ein Ding? Na, das ist unser Flugzeug! Damit können wir nach Nordland reisen! Schau mal, was ich hier habe! Und rate, wer mir die geschenkt hat! Schau mal hier! Schau mal hier! Schau mal hier! Ihhh! Was ist das denn?! Dadurch sieht die Welt aus wie ein... Wie ein... Wie ein gekochter Spinat! Du hast einfach keine Ahnung, Kai! Damit hat man den Durchblick! Tibi-tibi-tibi! Komm, wie kann man denn durchbleiben? Himmel, Himmel, Himmel! Blödes Teil! Tilda... Tilda war auf einmal ganz anders als früher! Und das alles nur wegen dieser komischen neuen Frau! Dann kamen die dunklen Tage, sie sahen einander nicht mehr! Ich konnte niemanden fragen, warum mag sie mich nicht mehr? Warum mag sie mich nicht mehr? Ich sehnte mich nach ihrem Lachen! Ich sehnte mich nach ihrem Lachen! Wer sind sie? Und wer bist du? Ich heiße Kai! Ich wohne hier! Ich wohne jetzt auch hier! Sind Sie die neue Frau von Tildas Papa? Ja! Ich bin Tildas Freundin! Tildas Freundin? Ich kann mich nicht erinnern, dass Tilda eine Freundin erwähnt hatte! Finden Sie es auf einmal auch zu kalt hier? Kalt? Überhaupt nicht! Doch, doch! Auf einmal ist es viel kälter als vorher! Im Gegenteil! Ich finde es hier zu warm! Darum ziehen wir auch weg! Weg? Aber wohin denn? Zurück in meine Heimat natürlich! Dummes Kind! Und Tilda und ihr Papa? Kommen mit mir natürlich! Nur diese altmodische Oma bleibt bei ihren altmodischen Rosen und diesen altmodischen Nachbars Kind! Aber... Aber Tilda zieht weg! Wann denn? Ich würde sie gerne vorher noch mal sehen! Keine Zeit! Sie muss schließlich bis nächste Woche eine neue Sprache lernen! Nächste Woche?! Außerdem glaube ich nicht, dass sie sich noch an dich erinnerst! Was soll das heißen?! Natürlich erinnert sie sich an mich! Ich bin doch ihre beste Freundin! Aber... Aber warum ist sie dann nicht mehr zu den Rosenhecken gekommen? Und wenn sie jetzt wirklich wegzieht, dann... dann muss ich mir vielleicht doch eine neue beste Freundin suchen. Es waren zwei Nachbars Kinder, die hatten einander so gern. Sie spielten die tollsten Spiele und lachten laut und viel. Krach! 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 Sprichst du etwa mit mir? Ich verstehe dich leider gar nicht! Dummes Kind! Sprichst keine Krähe! Krach! Nein! Das tut mir leid! Krach! 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 Ach das! Das habe ich immer mit meiner Freundin Tilda gespielt! Und Tilda da? Krach! Nein! Nein, Tilda ist nicht da. Sie kommt auch nicht mehr her. Aber... Aber das macht mir auch gar nichts aus. Zumindest fast nichts. Krach! Krach! Doch weißt du, eigentlich vermisse ich sie ganz schrecklich. Ich meine, sie ist doch meine beste Freundin und... und wir haben hier immer zusammen gespielt und Spaß gehabt und... und auf einmal ist sie einfach weggezogen und kommt gar nicht mehr her. Krach! Dann höre sie doch zurück. Krach! Sie wartet bestimmt schon auf dich. Nein, sie wartet nicht. Sie hat mich ja schon längst vergessen. Lützen! Krach! Lützen! Aber... Aber das hat mir doch die neue Frau von ihrem Papa erzählt. Neue Frau? Krach! Ja! So eine komische kalte halt. Kalte Frau? Krach! Krach! Ja! Also ich habe sie auch erst einmal gesehen. Aber da war es auf einmal ganz, ganz fürchterlich kalt. Neue kalte Frau! Krach! Krach! Holt sie zurück! Krach! Sie ist in großer Gefahr! Krach! Gefahr! Was soll das heißen? Tilda ist in Gefahr! Krach! Krach! Tilda ist in Gefahr! Aber... Ich muss sie zurückholen! Wie... Wie soll ich das denn machen? Krach! Aber ich wusste ja gleich irgendwie, dass mit dieser komischen neuen Frau irgendwas nicht stimmt. Und wenn die jetzt wirklich Tilda hat und Tilda in Gefahr ist, dann muss ich sie vielleicht doch zurückholen. Aber... Aber wie denn? Ich bin doch nur kalt mit meiner Gitarre! Krach! 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 Was ist das denn? Krach! Krach! Ey, Krähe! Warte! Hast du das von Tilda? Krach! 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 Also, immer der Nase nach. Das klingt ja erstmal nicht so schwer. Immer der Nase nach, also... Da lang! Aber da geht's ja gar nicht mehr weiter, vielleicht... Lieber da lang! Und wie ging's weiter? Und doch nie allein. Soll das heißen? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Dann kam ein Lied auf den Lippen. Das kann ja nur unser Lied sein. Es waren zwei Nachbarskinder, die hatten einander sehr gern. Passiert auch nichts. Über Berge und Klippen. Oh Mann, Töder, wie soll ich denn jetzt hier Berge... Das könnte doch ein Berg sein. Geschafft! Über Berge und Klippen. Oh Mann, Töder, wieso muss ich denn so weit oben sein? Du weißt doch, dass ich Höhenangst hab. Oh, okay, aber... Okay, aber... Gefühlt, Töder. Geschafft! Und dann, wenn ich über die Klippen bin, dann stand er ja durch Blumen getanzt. Ach, toll! Jetzt waren hier Berge und Klippen, aber Blumen sehe ich nirgendwo. Oder ist von euch vielleicht jemand eine Blume hier? Nee? Oh, naja, hätte ja sein können. Vielleicht, vielleicht muss ich die Blume woanders rum. Vielleicht, vielleicht ist das ein ganz, ganz besonderes Rätsel von Tilga. Ich, vielleicht... Das könnte doch... Entschuldigung? Bist du vielleicht eine, eine Blume? Natürlich bin ich eine Blume. Ja, wirklich? Hallo, Blume! Ich bin eine... Eine... Eine Kai. Hallo, Kai. Ähm... Du, Blume? Also, das klingt jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen komisch, aber ich wollte dich fragen, also... Also, nur wenn du willst, würdest du dann vielleicht mit mir tanzen? Tanzen? Ja? Ich liebe tanzen. Wirklich? Ja. Ich bin gewachsen, um gut zu duften und dem Wind zu tanzen. Musik. Tanzen? Ja, kleiner Kai. Also, ich weiß nicht, wann ist... Ja. Das macht ja richtig Spaß. Das macht ja richtig Spaß. Das macht ja richtig Spaß. Ja. Das macht ja richtig Spaß. Ja. 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 Tilda, wo du dich nur aus? Ich will dir meine Geschichte erzählen. Kennst du Tilda? Sie ist meine beste Freundin. Wir haben früher nur zusammen an den Rosenhecken gespielt. Ich bin keine Rose. Ich bin eine rote Blume. Und ich scheine wie eine kleine Sonne auf die Erde. Hören wir nun meine Geschichte. In einem kleinen Hof schien die Sonne am ersten Frühlingstage sehr warm. Die Strahlen blitten an des Nachbarshauses weißen Wände herab. Und dicht dabei luchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhl. Die Enkelin fahrte von einem kurzen Besuch heim. Sie küsste die Großmutter. Es war gold in diesem Kuss. Gold im Munde, gold im Grunde, gold in der Morgenstunde. Sie, das ist meine kleine Geschichte. Sie handelt von der lieben Sonne, die scheint am ersten Frühlingstage sehr warm. Und in diesem warmen Strahl wächst goldengelb, die erste Butterblume. Oh, da bläst der Wind schon das nächste Lied für mich. Tiefs 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 tiefs. Was machst du denn da? Oh, ich hab geschlossen. Steh auf. Schnell, ich habe Tilda gesehen. Tilda? Wo ist sie? Die ist im Kri-Kra. Nein, sag schon. Im Kri-Kra-Schloss. Im Schloss? Sie hat den Prinzen geheiratet. Geheiratet? Tilda hat geheiratet. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Zumindest glaube ich, dass es Tilda war, die der Prinz zur Frau genommen hat. Aber wie haben die beiden sich dann überhaupt kennengelernt? Ich erzähle so gut ich kann, aber schlecht wird es immer. So schlecht wird es bestimmt nicht. In diesem Königreich, in dem wir nun sind, wohnt ein junger Prinz. Der ist ganz außerordentlich klug. Er hat alle Zeitungen der Welt gelesen und sie dann wieder vergessen. So klug war er. Das klingt aber nicht besonders klug. Vor kurzem saß er noch auf seinem... Rot... 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 Rot, Rot, 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 Rot... ...sie soon. Rot, Rot, Rot... Was denn? Verheiraten! Verheiraten? Ja, da hat der Prinz beschlossen, sich zu verheiraten. Aber er wollte eine kluge Frau, die zu antworten versteht, wenn man sie etwas fragt. Und nicht nur dummer rumsteht und ganz gelangweilt dabei ist. Aber das bringt doch Tilda. Weil Tilda versteht alles, was man sie fragt. Wirklich alles. Die weiß auch irgendwie alles. Und langweilig will sie mit ihr auch nicht. Ganz sicher nicht. Sie hat nämlich immer die tollsten Spiele und die tollsten Rätsel. Und man kann so... Seht ihr die Geschichte? Weiterhören! Ja, klar. Wie haben die beiden Spiele jetzt kennengelernt? In den Zeitungen stand zunächst ein großer Artikel mit Herzchen an der Wand und dem Namen des Prinzen in der Mitte. Dort stand jeder, der, der schön aussehe... Tilda ist das schönste Mädchen der Welt. ...wollte auf das Schloss kommen. Und der, der so spricht, als wäre er dort zu Hause. Den wird der Prinz zur Frau nehmen. Aber, aber du, das wäre ja gar nichts für mich. Also ich bin ja gut im Reden und so. Aber, aber wenn es dann eine echte Prinzessin vor mir steht, also da würde ich bestimmt kein Wort herausbekommen. Ich habe ja schon manchmal Probleme mit den Mädchen in meiner Schule. Dann sage ich immer nur das letzte Wort, was ich gesagt habe, bevor sie kamen, 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 kamen... Ja, das sagten die Mädchen auch immer, die zum Prinzen kamen. Die sagten immer nur vergessen, vergessen, vergessen oder heiraten, heiraten oder Geld, 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 Geld. Aber das fand der Prinz bestimmt nicht so schlau. Ja, da kam ein Mädchen mit schönem Haar. Das wollte nur mal sehen, ob der Prinz wirklich so klug wäre, wie alle dachten. Das hört sich auch nach Tilda an. Das schickte er dem Prinzen und er nahm sie zur Frau. So einfach geht heiraten? Krach! Und die kalte Frau? Die war nicht da, krach! Nicht da? Heißt du, dass du deinen Kanzler endlich wiedersehen? Hm. Du hast Glück, dass du mich kennst, krach! Denn ich kann in zufälliger Weise einen Schleichweg hinten links am Schloss vorbei. Hinten links am Schloss... Oh, das muss es sein! Willst du mir folgen, krach? Ja, gerne. Krach, was hab ich ein Glück, dass ich dich kenn. Jetzt kann ich endlich Tilda wiedersehen. Wie kann ich dir nur jemals dafür danken? Du kannst mir das da schenken, krach! Aber das ist doch meine Gitarre. Ohne die bin ich doch nur eine halbe Kai. Dann reg nicht lang, sondern fang an und spiel was, krach! Okay. back! 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 Vielen Dank. Oh, wow. Tilda? Tilda, bist du da? Ich bin's, Kai. Ich bin hier, um dich zurückzuholen. Ich wollte dich wieder nach Hause holen und dann können wir wieder spielen, aber wir können ja auch einfach hier bleiben. Ich kann ja hier am Hof Sängerin werden. Oder ich werde einfach ein Tanzbeherr. Oder Köche. Oder zur Not auch Kaminkehrer. Irgendwas finde ich hier schon. Hm, ist was lecker. Oh, Hunger hätte ich auch. Oh, nur was drin passt. Ziemlich großen Hungersucker. Wie? Erdnussplitter mit Schokoladeneis. Aber, aber das ist doch gar nicht... Tilda. Ähm, Entschuldigung? Bist du die Prinzessin? Möchtest du mal probieren? Oh, ja, ich hab's so lange nicht mehr... Wenn du probieren möchtest, musst du zuerst ein Rätsel lösen. Okay. Eine Rätselfrage. Pass auf, was ist das? Es hört jedes Wort und sagt selbst auch keins. Ach, das ist doch leicht. Das Ohr! Noch eins. Dann will ich dir was ab. Er zeigt jedem ein anderes Gesicht und hat selbst auch keins. Ach man, das ist wirklich schwerer. Wüsste ich doch, dass du es nicht weißt. Jedem ein anderes Gesicht. Und ein anderes. Na? Ich weiß es nicht. Ich weiß es! Es ist ein Spiegel! Ein letzter Flop. Dann will ich dir auch wirklich was abgeben. Pass auf. Du siehst die nicht und fasst die nicht. Du rennst davon und kriegst sie nicht. Ich seh nicht. Ach man, wie soll ich denn das wissen, wenn ich's nicht seh? Mach doch nicht so'n Wind um einen blöden Kitz und gib mir einfach was ab! Jetzt warst du's ja doch erraten. Hiermit überreiche ich dir teuerlich ein Stück königlichen Gebäcks aus der Schachtel der Prinzessin. Das bin ich. Das möchte ich ja wirklich besser! Ja, oder? Sag mal, ist mir jetzt eigentlich die Prinzessin? Hm, sagst du, warum ich diese alberne Krone trage? Gefällt sie dir etwa nicht? Doch, schon. Und der Prinzessin wirklich nicht und so. Vor allem das Essen ist spitze. Aber eigentlich wollte ich ja nur mal gucken, warum die ganzen Mädchen vom Schloss anstehen. Und dann war ich auch schon beim Prinzen und wir haben uns Rätselfragen gestellt. Und schon war ich auch schon verheiratet und Prinzessin. Aber eigentlich wollte ich ja Astronautin werden und zu den Sternen reisen. Oder Astrophysikerin und über die Sterne forschen. Hm, meine Freundin, füllen Sie mal auf den Mond! Äh! Äh! Und ich fand's eigentlich. Eigentlich war's nur gespielt. Ja, aber immerhin. Ich hab kaum noch Zeit, durch mein Seidraumteleskop zu gucken. Immer muss ich am Fenster sitzen und winken. Den ganzen Tag nur winken? Mhm. Also, das hätte zu leider ja nicht gefallen. Wollt ihr sie dann für die Fenster sehen? Ähm, ja. Also, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich ja nur, weil ich zähle. Du sagst, Kani bist sie. Oder sie ist du. Versteh ich nicht. Na ja, pass auf. Also, ich, ich bin Kani. Und ich suche meine westbefreien Tilder. Weil eigentlich haben wir ja immer zusammen gespielt und so. Aber dann ist sie auch irgendwann weggezogen mit so einer komischen kalten Frau. Irgendwo in den hohen Norden oder so. Weißt du, ich weiß nicht. Eine kalte Frau aus dem hohen Norden? Klug und wunderschön, aber ganz furchtbar kalt? Ja! Kennst du sie? Das könnte die Eiskönigin sein. Wer? Die Eiskönigin. Die Eiskönigin. Pssst, pssst, pssst. Aber, 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 wer ist denn diese Eiskönigin? Wir haben schon viel von ihr gehört. Aber nichts Gutes. Ich glaube, es ist eine gute Idee, deine Freunde zurückzuholen. Na gut, aber, aber wo muss ich denn da überhaupt lang? Hm, immerhin in diesem Flachsverbein und dann ab in den Räuberwald. Weißt du was, nimm den Rest ruhig mit. Du wirst ihn auch. Hast du da gerade Räuberwald gesagt? Mhm. Aber heißt das, da sind, da sind echte Räuber drin? Kann schon sein. Ich war halt noch nie da. Oh, aber vielleicht soll ich doch nicht in den Räuberwald und einfach wieder nach Hause gehen, damit du mit Hilfe... Willst du deine Freundin jetzt zurückholen oder nicht? Ja, natürlich, aber wenn... Dann ab in den Räuberwald. Vielleicht, das ist ein königlicher Befehl. Warte, 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 warte. Hast du vielleicht auch ein Rätsel für mich? Ja, es hat wirklich eins. Ein ganz schweres. Das ist von Tilda. Die mag auch Rätsel? Sehr sogar. Oh, dann müsst ihr mich unbedingt mal besuchen kommen. Das machen wir. Und jetzt hör zu. Das Rätsel. Wer hat die meisten Reisen um die Erde gemacht? Wer hat die meisten Reisen um die Erde gemacht? Nicht vorsagen. Ich gehe schon mal vor, bevor ich meinen Mut wieder vermisse. Ja, ja, immerhin links am Schloss vorbei. Die meisten Reisen... Oh, komm, mich mal besuchen. Ja, das mache ich. Die meisten Reisen um die Erde. Wer könnte das denn sein? Vielleicht ein Astronaut? Nee. Oder gibt es einen Vogel, der so weit um die Erde reist? Nee. So hoch fliegen Vögel nicht. Vielleicht ist es eine Fangfrage. Also da muss ich ja erst mal was essen. Dann kommt merken. Dann geht's mal. Bitte schön. Und dann hinten links am Schloss vorbei und in den Räuber rein. Dort schlägt sich ein wildes Männchen fast in zwei. Okay, ich bin mutig. Ich bin mutig. Nein, ich bin ganz mutig! Ich habe ganz schön große Angst vor Wäldern und vor Dunkelheit. Und besonders vor dunklen Wäldern und vor irgendwelchen Räubern. Und auch vor irgendwelchen wilden Männchen. Und ganz, ganz doll habe ich Angst vor wilden Räubermännchen. Vielleicht, dass ich einfach wieder nach Hause gehe und dann gehe ich zur Mama und dann... Aber meine Mama... Meine Mama... Meine Mama, die sagt immer, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann soll ich einfach was machen, was mir Spaß macht. Und... und mir macht... Mir macht Bitarrespielen Spaß. Also... also... dann spiele ich einfach was gegen die Angst. Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht gefangen! Und du bist auch ganz gut im Butter! Und gut gefüttert mit Gebäck! Immerhin ist es königliches Gebäck! Königliches Gebäck! Ja, das schmeckst du bestimmt gut! Wie ein fettes kleines Lamm! Gut schmecken? Was soll das denn jetzt heißen? Nur jetzt, wo ich dich gefangen habe, nehm ich dich mit in unsere Räuberhöhle und da braten wir dich am Spieß in dem Feuer! Und dann essen wir dich auch! Das stimmt doch jetzt nicht! Oder? Oder? Vielleicht mit Pelzsoße! Aber... aber Räuber, die essen doch gar keine Menschen! Oder mit Preise, Bärsoße! Die... die räubern doch den ganzen Tag nur... Oder mit Kartoffeln und Kräutersoße! Nein, nein, das ist Quatsch! Räuber... Räuber essen keine Menschen! Und die können ja auch gar nicht kochen! Und die rauben auch nur den ganzen Tag durch den Wald! Wetten das doch? Ich will nicht wetten! Ich bin Wangi Tanker! Häuptling großer Adler! Und ich hab keine Angst vor irgendwelchen kleinen Mädchen! Du hast also keine Angst vor mir? Du musst dich erst mit meinem Messer kützeln! Nein, bitte nicht! Ich kann dich auch ein bisschen aufschnitzen! Bitte, nicht aufschnitzen! Ich kann dich noch ein bisschen mehr aufschnitzen! Nein, bitte bloß alles nicht aufschnitzen! Ich mach auch alles, was du möchtest! Dann mach einen Kurzelbaum! Einen Kurzelbaum? Ja, du hast gesagt, du machst alles, was ich will! Und ich will einen Kurzelbaum! Okay! Noch ein! Noch ein! Oh nein, mir ist schon ganz schwindelig! Ich kann mir immer weniger vorstellen, dass du ein Indianer-Häuptling sein sollst! Bin ich auch eigentlich nicht! Kurzelbaum! Kann ich nicht irgendwas anderes machen? Dann stell dich auf mein Bein und sing mir ein Lied! Auf einem Bein? Ja, hab ich doch gesagt, jetzt mach's! Ja! Ohohohohoho! Meine Kleine! Aber welches Lied denn überhaupt? Nein, schönes! Okay! Auf einem Bein… Das muss ich aber noch büben, das kann ich ja… Schneller! Ja, ist ja gut! Okay! Es waren zwei Nachbarskinder, die hatten einer sehr, sehr gern. Sie trafen sich jeden Tag zu spielen an ihrer Hosenhecke. Sie spielten und spielten den ganzen Tag. Sie spielten drauf! Gefällt es dir etwa nicht? Doch, das ist es ja. Das macht mich traubig. Traubig? Ja, ich hätte so gern einen Freund oder eine Freundin hier zum Lachen und Spielen, aber bei den Räubern gibt es ja keine anderen Kinder außer mir. Deshalb müssen sie den ganzen Tag durch den Wald reisen und mit Messern spielen und gelacht wird auch nur über andere. Das klingt aber nicht sehr so. Nee, gar nicht. Aber weißt du, ich hatte in letzter Zeit auch nicht viel Zeit zum Lachen und Spielen, weil eigentlich habe ich ja mit meiner besten Freundin Tilna gespielt, aber die ist ja jetzt irgendwie weggezogen und deshalb habe ich keinen mehr. Ja, hier, weil Tilna war ja... Mensch, lass uns doch! Was? Na, da knorptet sich doch mächtig was zusammen! Also, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Na, deine Trilla-Tritra-Tilna! Tilna ist weg! Und ich habe hier keine Freunde. Du bleibst einfach hier und wir werden Freunde! Na ja, also ich weiß nicht, ich meine, ich habe ja schon Tilna und eigentlich, da brauche ich ja keine Freunde, wir sind hier schon zu zweit, aber ich meine, du bist ja auch total nett und so, daher ist es bestimmt toll, dich als Freundin zu haben hier. Nein, dann ist doch alles super! Du kannst direkt weiter Fuzelbäume machen! Ich mache auch einen, wenn du willst! Seid du bereit? Ja. One, two, and three! Und jetzt mal nochmal! Du, du weißt, wie ich glaube, ich kann hier nicht weiter mit dir spielen. Aber ich habe ein Messer! Und ich habe eine Freundin! Sie heißt Tilda! Und sie ist weggezogen! Und deshalb muss ich sie zurückholen, weil sie bei dieser komischen Eiskönigin oder so ist! Und... Eiskönigin! Ja! Und ich glaube, Tilda geht es da nicht so gut! Und deshalb muss ich sie jetzt auf jeden Fall zurück zu unseren Rosenhecken holen! Zurückholen von der Eiskönigin! Du musst vielleicht doch ein Indianerhäubling sein! Wieso das? Na, wer sich traut, zur Eiskönigin zu gehen! Deren Wut! Aber ich bin doch so ein Feigling! Jetzt hör mal auf, mich zu verkackeiern! Du kannst gar kein Feigling sein! Na, ich meine, Tilda ist halt meine beste Freundin! Und deshalb muss ich sie halt zurückholen! Egal, was es kostet! Braucht ihr vielleicht noch eine Freundin? Naja, ich weiß nicht! Also, bei dreien ist das ja immer ein bisschen schwierig mit Freunden und so weiter! Und eigentlich... Was? Ich meine, klar, Freunde kann man ja nie genug haben! Na, dann ist doch alles super! Und du kommst direkt her, wenn du Tilda gebunden hast! Und dann werden wir alle Freunde und können den ganzen Tag durch die Wald rennen und mit Messern spielen und ganz viel Spaß zusammen haben! Okay, gerne! Ähm, aber wo muss ich denn eigentlich lang? Immer der Nase nach! Und nicht vergessen! Wenn du Tilda gebunden hast, kommt er her! Und wir werden Freunde! Ja, ja, das vergesse ich nicht! Ja! Immer der Nase nach! Jetzt fängt das wieder an mit immer der Nase nach! Das ist ja auch irgendwas, wo ich nicht genau weiß, wo ich landen muss! Aber ich versuch's einfach! Nach da! Ja! Ja! Immer nach... nach da! Aber es wird hier ja auch schon wieder immer kälter! Und... Und meine Nase, die fängt ja auch schon an zu laufen! Und wenn's so kalt ist und meine Nase dann läuft, dann wissen die Füße ja nicht mehr, wo sie langlaufen sollen! Weil die Nase sackt denen jetzt, ja, weil ich soll ja immer der Nase nach! Aber wenn die Nase dann anfängt zu laufen, dann können die Füße ja nicht mehr laufen! Weil ich meine, die Nase sollen das ja sacken! Aber wie sollen die das denn wissen, wenn die Nase selber läuft, dann läuft die ja irgendwann weg! Und die Füße haben keinen mehr, an dem sie sich... Was ist denn das? Ohr! Ohr, warte! Nein! Au! Hilfe! Nein! Oh, nicht zu sehen! Das tut mir! Das tut mir! Na, oh! Au! Kuckuck! 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 Einziger Paschker! Na, wie sieht's denn hier aus? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich bekomme hier fast nie Besuch, weil es hier umso kalt ist Aber warum wohnst du denn dann überhaupt hier? Es ist hier mein Zuhause Können Sie vielleicht auch was von der Suppe abhaben? Das ist eine sehr spezielle Suppe Sie gibt besonders viel Kraft Das kann ich gut gebrauchen Weißt du, ich bin nämlich auf den Weg zur Eiskönigin Zur Eiskönigin? Ja, die hat nämlich meine Freundin Tilda einfach einfach so weggenommen Und deshalb muss ich sie jetzt zurückholen Na, das musst du unbedingt machen Dort, wo die Eiskönigin wohnt, ist das viel zu kalt für normale Menschen Und außerdem hat sie eine Erz aus Eis Aber was soll das denn jetzt heißen? Das heißt, die Männchen, die eine Weile bei ihr bleiben, werden irgendwann zu Eis Und dann stellt sie sie als Eiskönigin in ihrem Garten aus Und dann siehst du nicht neue Männchen Aber was soll ich denn machen, wenn sie Tilda schon längst eingefroren hat? Du bist doch ihre beste Freundin, oder nicht? Ja, natürlich Also auch wenn Tilda das irgendwann nicht mehr so gesehen hat Aber ich bin natürlich immer ihre beste Freundin geblieben Na sicher Wer würde sonst freiwillig zu Eiskönigin gehen? Jetzt sag sowas nicht Sonst hab ich doch Angst und geh wieder zurück nach Hause So ein Unsinn Du gehst nicht nach Hause Du gehst zur Eiskönigin und wirst deine Freundin jeder finden Hier, hast du einen Fisch für den Weg Danke Ist der zum Essen da? Ist der zum Essen da? Ist der zum Essen da? Du wirst auf deinem Weg Unterstützung brauchen Okay, aber wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Immer deine Nase nach Bis zum dicksten Eis Dort wohnt die Eiskönigin Und dort wirst du deine Freundin Tilda fliegen Aber es wird ja jetzt auch schon wieder kälter Und es fängt ja auch schon an zu schneien Und nicht vergessen Wenn du es wieder gefunden hast, kommt jetzt zu mir Und wir essen eine schöne Suppe Ja, das vergesse ich nicht Jetzt habe ich diesen Fisch hier Was soll ich denn damit machen? Fisch? Oder kannst du mir etwa zeigen, wo es lang geht? Oh, Quatsch Oh, Quatsch Oh, Quatsch Nein, so war das nicht gemeint Fisch Stopp Ah, nicht so schnell Ich kann doch nicht so schnell Nein, bitte Es wird doch auch schlimmer kälter Hier, hör auf Warte, Fisch Du fließt doch selber gleich Ein Hallo? Ist hier jemand? Er bringt einen Fisch mit Wie niedlich Das ist kein Fisch Das ist ein Messer Und wer bist du? Doch nicht etwa das kleine Nachbarsmädchen Ich bin nicht klein Ich bin schon eine junge Frau Sie ahnen, sie ahnen Und ich bin hier, um Tilda zurückzuholen Viel Erfolg, Kleine Kai Sie versuchen nicht, mich aufzuhalten? Tilda ist mir schon lange, langweilig geworden Tilda könnte niemals langweilig werden Sie ist das lustigste Mensch, das ich kenne Und sie hat immer die besten Spiele Und die besten Rätsel Sie selbst, meine Kai Sie selbst Kalt Tilda Kalt, kalt, kalt Tilda, ich bin gekommen, dich zurückzuholen Kalt Kälter Eiskalt Ja, mir ist auch kalt Aber schau mal, ich hab dir sogar einen Fisch mitgebracht Eiskalt, wie ein toter Fisch Und nein, Tilda, der Fisch ist nicht tot Das ist ein ganz besonderer Zauberfisch Ich hab ihn von so einer Frau mit einer ganz tollen Suppe Und damit kriegen wir dich rastfatz wieder zu Kräften Und danach müssen wir auch noch in den Räuberwald Da haben wir eine meiner Freundin Und unsere Prinzessin müssen wir auch noch Ich hab ihn nämlich von deinen Reizern erzählt Und sie möchte dich unbedingt kennenlernen Kalt Oh ja, Tilda, mir ist auch kalt Aber wir müssen uns vereinen Bevor sich die Eiskürtigen anders überlegen Oh, Tilda Du bist ja wirklich eiskalt Was kann ich denn jetzt machen? Ich muss dich doch irgendwie, irgendwie da mitnehmen Und die, 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 die Lappenfinnen Die hat gesagt, ich, ich muss dich wieder auftauen Vielleicht, vielleicht mach ich das einfach mit Vielleicht mit unserem Mit unserem Lied, ja Es waren zwei Nachbarskinder Die hatten einander sehr gerne Die spielten die tollsten Spiele Und lachten da Kein Tilda Wo sind wir hier? Na, wir sind im Schloss der Eiskönigin Im Schloss der Eiskönigin? Soll das ein neues Rätseln? Naja, ja, also ich dachte Ich dachte, das ist von dir Nein, das klingt doch viel zu gruselig Obwohl... Welche Blumen füllen keine Sonne? Welche Blumen? Eisblumen! Genau, so schnell hast du noch nie ein Rätsel gelöst Aber, du Tilda, weißt du Ich wäre gerade ehrlich gesagt Lieber weg von den Eisblumen Und lieber zu Hause bei unserer Rosenhecker Ich auch Aber ich weiß gar nicht mehr, wie wir hergekommen sind Das ist doch ganz einfach Immer der Nase nach Wie immer der Nase nach Na, pass auf Zu nun hast du hier auch noch einen Fisch Er zeigt dir den Weg Dann ab zur Rosenhecke Aber, ich habe nur noch gar nicht losgesagt Dann versuch mich doch einzuholen Ist die ja schon wieder weg Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Wisst ihr das? Nein Die Rosenhecke stimmt Okay Dann muss ich mich jetzt beeilen One Two Three Ich komme es, Hilda Tschüssi Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020